Hi, falls ihr mit DaVinci Resolve eure Videos editiert und ihr habt irgendwie einen Bug beim Sound, wie ich es jetzt hier beispielsweise mal darstelle, also hier habt ihr einen kleinen Clip und die Audiospur von dem Clip überlappt quasi den Clip vorher und der Clip vorher hat dafür keine Audiospur. So etwas kommt beispielsweise vor, wenn ihr beim Editieren Fehler macht. Wie könnt ihr das wiederherstellen? Die Antwort ist einfach, ihr wählt diesen Clip aus, ihr geht mit dem Scrubber über den Clip. Ihr müsst dazu in der Ansicht hier unten sein und dann geht ihr auf Clip, Find Clip in Mediapool. Also der Clip, der euch interessiert, ist dieser Clip hier und dann geht ihr nochmal auf Clip und sagt Match Frame to Clip, Source Clip. Zack, dann wählt ihr nur den Bereich des Clips aus, der hier in eurer Timeline schon ist und dann zieht ihr das einfach rüber. Zack und damit habt ihr quasi jetzt das Audio genau von dem Ausschnitt, von dem Clip, der momentan schon hier oben in dem Video 1 Kanal ist. Ich hoffe, dass ich euch damit weitergeholfen habe, wenn ja, dann lasst mir ein Like und ein Subscribe da und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Falls ihr PUBG zockt, könnt ihr gerne in meinen Discord-Server mal reinschauen, dann können wir auch mal gemeinsam eine Runde zocken. Danke euch, macht's gut, ciao, ciao.